willkommen meine freunde ich bin krepperger und heute mit einer folge von lol mit uns dabei einmal ladies first unsere liebe sissi servus hallo und unsere kleine torben hallöchen auch mit uns dabei interesse leider nicht im spiel aber der sauron servus sauron und die sind die die leider nicht reden kann gerade aber sich auch dabei so wir spielen wie fast immer armen gottes will ich gebe einen kaffee machen in das dauert es so lange wieder bis es ladet okay dann musst du morgen sobald du von der schule kommt ein bisschen öl nehmen aber richtige soll nicht das andere sogar denkt ja so jetzt thema wechsel ist jetzt mal wieder zu heiß hier oh man ja wir warten auf der eine keine verbindung doch hier so eine riesen robot schon los geht eben und die fähigkeit stärker nicht ernsthaft ich weiß nicht was ich das erste mache wird denn ich mache ich mit denen mir schnuppe obwohl ich da schaden erstmal mache wollte egal du kannst mit den fischtauben gerumspringen du benutzt die fähigkeit umsonst denn natürlich in die tonne geschossen gucken was es ist der wollte mich verschnappen du sauer ich antworte ich habe ganz so schiss hier gerade meine fähigkeiten ist es um nachkämpfer irgendwie halb nicht übertreiben gelb halt stopp hier kein schritt war was siehst du mich zu dir das kommt eigentlich schon noch weiter alter zerstörer hier was ist da los ich komme schon ich komme schon ich komme schon gleich zwei leute genatzte und dann erwische ich auch noch ey komm renn nicht weg ich hab mein schnee bei dir oh ich hatte gerade ein kleiner le bei der eine roboter musst du nur aufpassen weil er dich zieht böse roboter besonders wenn ihr seine ulti fett soweit ist na komm nicht schon wieder auf die luft ey da war meiner das war fressheit aber weißt du wie hilfe 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 warum lasst ihr euch immer in ruhe mich cleanser mal gleich wollen die mich verarschen ja die suchen eine leitere opfer aha die wollen mich haben weißt du aber die kriegen mich nicht die was auch rechtliche Seite was ach die Fähigkeit und tschüss ey hier sie da ist die eine da kommen noch Leben da kommen noch Leben die m ja die ist schon weg die schlechter ist schon weg auf mich wollt ihr mich verarschen seid ja wohl nicht die Höhe hier ey auf Wiedersehen das war's mit dir und wieder sie da 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 siehst du willst du mich leider verarschen meine 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 ja komm was hast du der roboter egal ich muss echt da kommst du nicht weg da kann sie knicken Tom was machst du da vorne pass auf hinter dir gib deine leute Deckung ich wollte nur kurz das Leben klauen ich hab den einen dabei gekillt ok wenn ich den Saschen kill gemacht komm und hab mir das Leben geklaut das war mein Ziel der Rest war mir egal noch mal wieder naja so 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 gut sind sie nicht also bis jetzt noch nicht hätten sie das Leben gehabt während sie jetzt da hätte jetzt ein Leben gehabt jo meine Ulti hab ich ja freigeschaltet auch nicht schlecht ja genau komm alle auf einen Haufen so siehts aus sehr schön ja dann hab ich mir geholt mein Freund oh da war er hm da komm sonst der willst doch wohl nicht machen so bleib hier faust ab von mir hier jawoll hau ab hau ab von dort darf mich glaub ich nicht mehr oh war das knapp danke der war aber gut ich wollte ihn mir noch holen ich wollte ihn nicht gehen lassen da ist noch Leben da unten da war noch Leben Spaß kommen sie wieder keine Chance mehr ich glaub ich nicht mehr dran seien ihr längst ab dass ich vorbei renn kann was ich nicht glaube und wieder drauf immer auf den Schwächsten ah diesmal hat sie funktioniert schade ah der kam hinter mir la 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 hat mir einer rücken geschaffen ja ich hab auf den Kreis nicht mehr drauf geachtet versuche einfach da bei dem Turm zu bleiben ach der wurde ja gezogen wie viel Kieße habe ich schon mittlerweile hey hoffen wir dann ich hab die ganze Zeit Fähigkeiten aber kaufen wir nichts auch schlau und 22 Sekunden kann ich meinen Fisch mal wieder aus dem Boden schießen lassen ich hab einen Turm gekillt komm ruhig her ich hab einen Schneeball ach du nicht da rein rennen ich weiß nicht was es ist ich hab einen Turm ach ich hab einen Turm ach ich hab einen Turm er hat mich er hat mich der eine wäre ein muss sagen der komische fisch ist gar nicht so schlecht ja was los nix ist auch also vierfach tötung alter mein leben mein leben wolltest du nicht weg ach ach du ach du ach du ich glaube wir müssen der reich fahrt auf den turm ja komm was willst du alleine ausrichten dann mal gefährlich jetzt hier aber auch wieder toll auf mich um sie alle haha jogenous passEL weg 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 ich bin voll in der mitte drin jawohl sehr schön wo alter das finde ich gerade so richtig geil da flüssig jemand war hat aber so ich habe elschkills durch sechs durch sechs kills und sie ist ja drei kills ok sie ist es uns potter mäßig aber okay das ding ist voll geil und sag ich doch nicht gut ich muss ja so brutal ist man hat sich auch gleich soweit bei den 60 sekunden mein fischer dauert immer so lange bis er mal hoch kommt läuft mir auf was ein so klag irgendwo leben haben auch gekriegt als er macht das ja ihr wollt ja wohl hier den ich will nein nein egal der tom geht auf mich ist der blöde schulatom ich habe gleich die gute fähigkeitsstärke das kommt der kommt echt mit so ein ding nur noch hier dreht man ja durch aber die ulti von dem hier ist gar nicht so gut finde ich warte gott ich komme da stütze ich dich bei was wenn die enden die bei jemand leute bitte bei mir ist es nicht ich hab es nicht mehr bei mir jetzt bin ich gestorben jetzt bin ich gestorben haben warum weiß ich doch nicht ich habe das alles das war ja mein ding reingegangen wer möchte hierher auf jeden fall da ist eine gute aufnahme da das muss schon mal können sein hier er probiert mich immer ran zu angeln leider funktioniert es nicht Nimm deine Ulti, genau zwischen zwei Leute. So, erstmal hole ich mir den. Oh, ab von mir, du Blöderer. Ja, genau, bring sie zu mir runter, bring sie zu mir runter, mein Ulti ist fertig. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Der muss die einbeschützen bis hin. Komm. Au. Das war nicht nett, mein Freund. Den kriegt er los. Der hat nichts mehr. Der entwischt echt. Los, komm. Sehr schön. Wie ist denn das, die der gerade so durchdreht, ey? Die Sterne, die fast genauso ist wie ich. Bitte, die Waffen. Und die zwei schon als Gegner zu haben, also ist es schon brutal fies. Jetzt mache ich gerade nicht, aber ich mache ganz schön damage, finde ich. Ja. Okay, ich glaube, wie viel kostet der im Shot, dann muss ich gleich mal nachgucken. Ich glaube, 4.000 und ein paar zerquetscht, ey. Also ganz sicher bin ich mir nicht. Komm, ey. Hier hinten das Leben, falls ich einen verbrauche. Na, komm. Was willst du hier? Tschüss. Und, hopp. Ich wüsste. Hopp. Hacking. Wie macht den Turm? Den kriegst du da oben schon. Sehr schön. Oh. Sorry. Du brauchst du schneller. Ja. Ja. Ah. Ich hätte hier gekriegt. Nur, meine Sachen waren gerade nicht fertig. Deine Mini-Regen, na. Komm zurück, der Turm raffig an, Gio. Ist mir egal. Macht mir nichts aus. Das hol ich mir schon von hinten. Das glaubt der wohl irgendwie ernsthaft. Ha, 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 ha. Den hab ich noch gekriegt, Alter. Ah, easy peasy. Mach immer damage mit hinten, wenn man zu dem sich killt. Find ich immer ganz gut. Ja, ja, ich auch, also. Teamplay. Nein, 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 nein. Oh, damit echt nicht mehr. Jetzt hat er dich. Daniel, okay, ich schaue es mir genau in der Mitte. Hm. Er hat mich irgendwas noch verlangt, aber er bin nicht mehr rausgekommen. Ja, wenn der rund auf dem Boden aufprallt, dann bist du langsam. Danke, Leute. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt konnte ich mir einen schönen Zauberhut kaufen. Meine Ulti ist schon mal wieder fertig. Oh. Jetzt jagen sie ein bisschen. Sollen sie jagen, was sie wollen? Oh. Ulti! Meine Ulti muss man immer ganz genau passieren und vorher denken, wo der Gegner hinläuft danach. Ach, ja, die braucht immer so. Ach, du Ulti, nicht? Er ist gut und schön, aber. Hier ist ja nicht mehr schön. Ah, da, da, du, bleibst es stehen. Ja, ja, jawoll, weg ist er. Ist ja schön. Ah, Minions lenke ich auf mich. Minions alle auf mich schießen, das Giro in Ruhe. Ah, da ist noch einer. Warte mal, Pflanze. Das ist Mut. Den hol ich mir. Hopp und weg. Und der auch noch. Meinetwegen. Nein, nicht der Turm! Der Turm, der ist auch mit der Turm. Egal. Ein Leben. Das schafft er. Wenn sie einen noch mehr hat er. GG, ey. Das kriegen wir. Der kann doch nichts mehr ausrichten. GG! Das war mit der Runde von LOL mit Susi und Torben. Danke für das Mitmachen. Kein Problem. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!